Wir werden sehen, wo wir jetzt landen können. Ich bin verwirrt. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ah, hier. Aber jetzt bin ich doch genau wieder... Nee, bin ich nicht. Das ist... Oder? Bin ich nicht genau wieder da, wo ich angefangen habe? Es irritiert mich. Es irritiert mich sehr. Wieso komme ich jetzt hier rüber? War doch eben so, ne? Das war doch hier irgendwie getrennt voneinander, oder? Okay, ich bin definitiv woanders. Oder? Da geht's lang, da geht's lang und da geht's lang. Ich gehe jetzt erstmal rechts hoch. Und schaue mir an, was hier passiert. Ja, sehr spannend. Oh Gott. Guck mal, wie schön das aussieht. Das ist voll stylisch. Voll schön. So, das Rätsel haben wir schon mal alleine gelöst. Das finde ich super. Long. Okay, hier kommen wir schon mal nicht lang. Okay. Gut. Oder auch nicht. Aber muss ja, ne? So, okay. Dann laufen wir zurück. So, das war schon mal eine Sackgasse. Da kommen wir wahrscheinlich später durch. So, dann werde ich jetzt nicht geradeaus laufen, sondern links hoch. Dieses... Warte mal, hier... Hier sind, ähm... Ich laufe doch geradeaus. Oder? Ich laufe erst mal hier lang. Mal gucken, was passiert. Okay, das ist irgendwie merkwürdig. Kann das sein, dass der Wasserfall nach oben fließt? Der fließt nach oben, der Wasserfall. Was zum Teufel? Okay, hier kommen wir nicht rüber. Alles klar. Ach! Ja, war das nicht das, was wir vorhin hier sehen haben? Ich bin verwirrt. Ich hab keine Ahnung. So, wir laufen auch hier wieder zurück. Hier ist nichts zu tun. Oh, okay, okay. So, dann werde ich... Hier hoch. Leicht psychedelische Musik. So, also es muss ja jetzt hier irgendwas sein, was ich tun muss. Denk ich mal, dass hier irgendwas ist. Genau, hier ist etwas. Ah, das ist schon wieder so ein Laserding, ne? Ich hab überhaupt keine Ahnung, was ich hier jetzt machen soll. Wir müssen ja das Ding hier offensichtlich wieder kaputt machen, ne? Wie kann ich denn... Okay. 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 Nein, nein, nein. Zurück, zurück. Komm zurück. Oh Gott. Alter, was? Ja! Okay, das haben wir schon mal erledigt. Die Frage ist jetzt... Oh. Okay. Okay. Sehr gut, time to be. Come here now. Okay. I am not know who you are. Okay. Aber ich kann nicht mit Hilfe benutzen. Seh'n. Ich bin... ...trappet. Ich kann nicht... ...möglichen. Diese Beasts... ...kalt... ...villens. Sie sind... ...much gefährlich. Du hörst? Just... ...look... ...around. They live... ...under water. ...and they are keeping... ...storing us... ...for food. Oh my god. You will see as you go. Come. I cannot be here. Find a way to me. And... ...I can... ...figure this out. Ja, ja, wie komm' ich denn zu dir? Diggy, wie soll ich denn jetzt zu dir kommen? Ich... Hm. Okay, ähm... So, wir gucken mal, was jetzt passiert ist. Ob wir hier irgendwie... ...wo anders jetzt was geöffnet haben. Dadurch, dass wir jetzt den Strahl zerstört haben. Weiß ich aber nicht genau. Ähm... Ich versuch' nochmal hier lang zu gehen. In der Hoffnung, dass da hinten vielleicht diese Brücke jetzt... ...überquer war ist. Kann ja sein. Boah, das ist so schön hier. Ich möchte hier bleiben. Ich möchte mir ein Haus bauen. ... ... ... ... ... ... Ah... Ich glaube, durch die... ...durch die... ...durch die... ...durch die Zerstörung des roten Strahls... ... glaube ich, kam man durch die... ...durch diese Portale jetzt durch, ne? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da müssen wir jetzt tatsächlich... ...fix in die andere Richtung... ...hier... ...vielleicht kommen wir dann hier durch. Vielleicht kommen wir jetzt hier durch die Wand. Das ist möglich. Mal gucken. Find a way to me. Ja, ich versuche es. Ich hoffe, ich komme jetzt alleine hier durch die Rätsel. Das wäre echt gut. So, mal gucken. Yes. Yes, okay. Durch die... Ja, ja, alles klar. Alles klar. Also immer, wenn wir den Strahl zerstören, dann kommen wir durch die Portale oder durch die Wände, weil nichts mehr blockiert ist. Das ist so super. Boah, ist das gut hier. Die erste Welt gefiel mir nicht so gut. Bin nicht so ein... Das sind mit diesen ganzen mechanischen Sachen so... Das sieht so leblos aus. Das hier mag ich. Das mag ich. Saftiges Grün. Wunderschön. Okay, hier sind... Hä? Moment. Na toll. Jetzt sind wir... Was ist das hier? Ähm. Hm? Hm? Find a way to me. Ja, das weiß ich jetzt aber nicht mehr, wie ich da rüberkomme. Okay, hier sind zwei Übergänge. Ich sehe, ich sehe. Das ist auf jeden Fall was anderes. Aber woher weiß ich jetzt? Hallo. 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 Ich versuche mal was. Das hat funktioniert, Leute. Also fast. Fast. Kann ich das hier auch machen? Okay, okay. Ich brauche noch einen anderen Code, Leute. Wenn Sie bitte, bitte... ...hurry. Ich mag es Ihnen. Ähm, nein, das finde ich gar nicht. Wie kriege ich das jetzt weg hier? Ich probiere einfach, ne? Ich brauche einfach nur... Okay. Ich brauche den Übergang. Ja, okay, okay, okay. Dann lasst uns erst mal hier hin. This is nice. Hm, also es war sehr, sehr schwierig jetzt gerade zu... Ach nee, warte. Das ist einfach nur der Übergang. Alles klar, ich laufe wieder zurück. Wir haben einfach nur den Übergang jetzt gemacht. Okay. Das gleiche würde ich jetzt auch auf der anderen Seite machen. Müsste ja dann genauso funktionieren, oder? Ich habe einfach irgendwie alles verbunden. Keine Ahnung. So, machen wir hier nochmal. Okay. Die beiden. Hier vorne brauchen wir noch einen. Nehmen wir das noch. Das war es nicht. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich weiß auch nicht, was ich hier tue. Ich tue einfach irgendwas. So. Oh, hier sind zwei. Okay. Okay, ähm, ja, wir müssen gucken, was das jetzt bedeutet. Ich, äh, nehme den ersten. Dann gucken wir mal, wo wir hinkommen, ne? Mal schauen. Mal schauen. Diese Rätsel gefallen mir einen Tick besser, also zumindest bis jetzt, als die anderen mechanischen Sachen. Oh, komm, Schatz. Wo sind wir denn jetzt? Und warum bin ich hier? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll, ehrlich gesagt. Ich gehe mal hier hoch. Hier ist noch ein Buch. Inventarerfassung, ja, alles klar. Hm. So, da drüben haben wir ja noch, ähm, so einen Übergang, glaube ich, hier. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier machen soll. Oder ist das irrelevant? Ich, ähm, gehe wieder zurück und nehme einfach das andere Portal und dann gucken wir mal. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte ich auch jetzt hier bleiben müssen und dann über ein noch anderes Portal wieder, wieder herkommen, damit das hier aktiv bleibt. Oder aber, wir haben ja den Strahl schon zerstört, ne? Wir müssen ja auch mit dem Laser nicht mehr hin. Mal gucken, was das hier ist. Wir gucken einfach mal. Gucken einfach mal, wo es uns hier hinverschlägt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hätten woanders rüberlaufen müssen. Also, einfach darüber porten, das da stehen lassen. Dann über den alten wieder zurück. Ich, I don't know. Mal gucken. Hä? Ah! Okay, okay. Ja, ich erinnere mich. Wir waren hier mit dem Wagen und es ging nirgendwo weiter. Wir kamen nicht durch die Tür. Ich konnte auch das hier unten nicht kaputt machen. Wir kamen nicht durch die Tür. So, wir könnten dann hier mit dem Waggon durch. Wir können auch die Richtung ändern. Aber ich, ähm... weiß jetzt nicht, wofür das hier gut ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt mit dem anderen zurück müssen. Ich gehe einfach mal mit dem anderen zurück. Weiß ich nicht, warum. Wir machen das einfach mal. Mal gucken. Dann ist wahrscheinlich der zweite nicht mehr da. Kann sein. Das muss irgendeinen Sinn haben. Zumindest, dass wir jetzt mit dem Wagen da durchkommen. Ja, guck mal. Hm. Wir haben nämlich jetzt Zeug mit rübergebracht. Ach, guck mal, einer schickt. Das war genau richtig, oder? Und hier? Was ist das jetzt für eine Scheiße? Ah. Wow. Fahrstuhl. Fahrstuhl, Fahrstuhl. Oh nein, oh nein. Oh, wie cool. Wie cool das einfach ist. Leute. Auf der anderen Seite geht es auch noch weiter. Ich sollte nicht nur hier lang laufen. Was? Was? Ne. Oh mein Gott. Es sind hier noch drei andere. Okay, warte, warte, warte. Was ist das hier? Ähm. Ich gehe kurz erstmal in die andere Richtung, ne? Ach du Scheiße, ey. Jetzt wird es wieder komplex. Gleich werde ich wieder nicht weiter wissen. Mal gucken. Wo geht es hier hin? Warte mal gucken. Nein, die Wasserfälle fließen klassisch, ne? Ne, der fließt hoch. Hier. Der Wasserfall fließt nach oben. Das macht mich ganz kirre. Was ist das hier für ein Quatsch? Nix. Kommen wir hier irgendwie durch? Okay, hier geht es wahrscheinlich später irgendwann lang. Ich vermute mal ganz stark, durch die Sachen, die wir jetzt aktivieren werden, hier drüben, werden wir noch mehr Gänge öffnen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich fange erstmal mit dem an. Ja, finde einen Weg zu mir, ähm, hm, weiß ich nicht. Schwer. So, wo kommen wir denn jetzt hin, hm? Was zum Teufel ist das hier? Hier war ich noch nie. Hier geht es nicht weiter. Was ist das hier, um Himmels Willen? Hier brauchen wir eine Brücke. Okay. Und hier haben wir noch so ein... Warte, warte, warte. Ich mache wieder irgendwas, ne? Hier so... Ähm... Einfach irgendwie alles verbinden. Sieht gut aus. Ich gehe mal rüber. Mal gucken, was da passiert. Nichts wahrscheinlich. Hier ist eine Notiz. Hallo, Olek. Das Gebiet des... Was? Das Gebiet des Federhandschuhs ist komplex und das sollte es auch sein. Die Willeien wollten hier für Verzögerungen sorgen. Jeglicher Bewegung von Massen in der Welt soll hier das Tempo genommen werden. Jetzt, da wir misstrauisch geworden sind, dir wird aufgefallen sein, dass sie ganze Gebiete neu geformt haben und, äh, um bei einem Massenangriff für Verwirrung zu sorgen und ihm seinen Schwung zu nehmen. Deine Aufgabe ist es, sämtliche Schlösser des Spießrutenlaufs zurückzusetzen, bevor du dich mit einschließen lässt. Parley. Bitte behalte es für dich. Die Tinte, die ich für dieses Schreiben verwendet habe, hat einen Blauton, der für die Mufang nur schwer zu erkennen ist. Okay. Was zum Teufel soll das hier sein? Mach mal ein Foto, ne? So, falls ich das hier unten brauche irgendwie. Okay. Okay. So, so. Haben wir eine Notiz gefunden. Interessant. So, ich werde jetzt erstmal den mittleren Dings nutzen. Den hier. Wenn der denn funktioniert. Muss ich erstmal gucken. Der scheint deaktiv zu sein. Oder ist das eine... Das ist, glaube ich, die andere Welt hier, ne? Warte mal. Das ist eine andere Machine. Mal gucken, wo wir hinkommen. Alter, dieses Spiel ist so heftig. Oh. Sehr, sehr tricky. 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 So. Hm. Boah, ehrlich jetzt? Also es ist so übel tatsächlich. Warte mal, ich muss kurz... Ich gehe erstmal kurz hier runter. Ist das wieder der Fahrstuhl? Oder ist das jetzt... Bin ich jetzt wieder da, wo ich war? Oder, äh, okay, alles klar, ist das gleich in grün. Ja, 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 ja. Ich versuche hier mal eine Brücke rüber zu machen. Hallo. Ja, einen brauchen wir noch. Ja, okay, mal gucken. So, dann haben wir hier... Ach so, das ist ja einfach nur der Strahl, Dingsbums, den wir kaputt gemacht haben, ne? Von da oben haben wir den kaputt gemacht. Also warum muss ich jetzt hier rüber? Ich soll einfach nur die ganzen Sachen resetten. So stand das ja jetzt geschrieben, ne? Okay, dann versuchen wir mal folgendes. Hier komme ich rüber, alles klar. Hier fehlt auch noch eine Brücke. Hier? Oh! Oh! Ähm... Kann ich den Knopf auch drücken, wenn ich da drinnen bin? Offensichtlich nicht. Ich müsste aber ein... Warte mal, hier? Ich versuche jetzt einfach erst mal durch das Ding hier... Mal gucken, wo ich da lande, wenn ich das hier verwende. Das haben wir ja noch nicht gemacht, ne? Gucken wir erst mal. Wir müssen offensichtlich alle Brücken einmal komplett wiederherstellen. So, da waren wir gerade. Hier ist jetzt auch... Hier ist nichts mehr. Hier ist alles Mickey Mouse-Kacke. Okay, mir sieht das jetzt so aus, als ob ich über den zurück soll, ne? Das sieht für mich so aus, oder? Würde ich jetzt fast so denken. Weiß ich aber nicht genau. Ich gehe noch mal über die Mitte kurz. Warte mal. Ich gehe noch mal über die Mitte. Einfach mal, um zu gucken, was passiert, wenn ich einfach rückwärts jetzt wiedergehe. Vielleicht ist das auch Quatsch. Keine Ahnung. Wenn das Quatsch ist, gehe ich über den gleichen wieder zurück. Hier ist schon wieder... Hier ist noch ein Durchbruch jetzt. Ich probiere mal kurz was. Eigentlich finde ich, dass der da stehen bleibt. Alles Quatsch, oder? Ah, ne, warte mal. Ne. Ne, ist richtig. Hier kann ich jetzt die Brücke machen. Alles klar. Hier kann ich jetzt eine Brücke machen. Also, das ist ja... Untertitelung des ZDF, 2020